Jo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Onkel Blade und dem nächsten Spiel in unserer Tabelle und es geht ganz weit nach Norden zu Holstein Kiel. Und da ich euch am Freitag das Pokalspiel gegen BVB hochladen werde, also theoretisch heute, kommt das hier leider einen Tag verspätet und ich bring's am Samstag rein. Aber ich glaub, die zwölf Zuschauer, die wir am letzten Mal geguckt haben, wird das nicht groß kratzen. Ich sag mal, bei einem Millionenpublikum müsste ich wahrscheinlich ein bisschen genauer sein, aber die zwölf Leute werden mich schon verstehen, hoffe ich. Also, ab in den Norden. Ach ja, muss Lia im letzten Spiel verletzt, mussten wir leider Schuss dafür reinnehmen, weil er in dem Interview, in der Anfrage quasi drum gebettelt hat und sonst würde seine Laune echt mies werden, wenn ich ihn nicht reingenommen hätte. Eigentlich hätte ich ihn nicht reingenommen. Ich wollte Klaas nehmen, aber was soll's. Muuuah, schicker Anzug. Natürlich konzentrieren wir uns auf Mario. Wir werden ihn zum Tor schützen können, ich schwör's euch. Willkommen in der Home Deluxe Arena. Ich begrüße Sie recht herzlich zu diesem heutigen Spiel. Dass wir in der Home Deluxe Arena sind. Ja, sofort. Weil genauso hässlich wie in echt. Oh, oh, oh. Oh, nein, Alter. Oh, das war peinlich, Alter. Was war das denn, Alter? Was war das denn, Alter? Bochong! Wie kann man 100 Meter übers Tor ballern? Oh, und jetzt bekommen wir hier die Aufstellung der Paderborner eingeblendet. Hier kommt die Aufstellung der Gäste. Ah! Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Schuster. Komm, Schuster, hau das Ding rein! Da ist er aufmerksam. War er schon wieder am Regnen? Was, wie ein echter Alter, dauert nur am Regnen? Letztes Spiel auch schon, da ist Regen. Jetzt die Ecke. Der Ball war nicht platziert genug. Das ist ein Spiel, in dem zwei unterschiedliche statistische Rekorde aufeinandertreffen, Roshi. Wir haben... Aber das ist jetzt die Chance. Holy shit, Alter. Er fällt ihm wie so ein Kartoffelsack und fällt dem Ball tot. Fert sind da, sie hoffen auf diese Ecke. Im Moment kann man nicht richtig drucken. Vielleicht mal wieder eine kurze, warte, eine kurze kommt immer besser. Komm, 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 komm. Wir haben wieder eine kurze raus. Der Torwart hat den Ball, gute Aktion. So war das nicht gedacht. Oh, Alter. Amos, was machst du hier vorne? Ball ist zurück. Ah, 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 ah. Bonucci. Bonucci hinten bleibt. Ach, du Scheiß, Alter. Was mit Dörfler los? Alter, keine Power mehr? Er verliebt, dass es da richtig gefährlich wird. Leipers. Schuster. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Schöner Pass. Oh, wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Oh, iiih. Sie machen das vor, um irgendwie was abzusehen. Ja, sie sind bislang die stärkere Mannschaft, tun mehr für die Partie, ist eine verdiente Führung. Was soll man dazu sagen? Was soll man dazu sagen? Bester Mann. Was war das denn? Kamera war nach außen geschaltet, Alter. Direkt in den Glitch rein. Oh, was ich noch mal angucken, so schön war es nicht, aber Hauptsache, er hat wieder eins. Mit Holstein Key müssten wir auch richtig wegkügeln. Mal ganz im Ernst. Also rein statistisch müsste Holstein Key mindestens so eine 5-0-Packung kriegen. Oh, 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 oh. Hättest du ganz cool an Leifertz runtergeben können, aber nein, ich wollte einfach, dass er noch ein zweites kriegt. Wird aber auch, also, nein. Ne? Holy, holy, oh. Wups. Uuuuuh. Oh, 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 oh. Er steht einfach immer richtig. Hier blockt der Abt. Oh, nee. Er steht wirklich immer einfach richtig. Schon fast übertrieben immer richtig. Was, Alter? Er blockt. Blockstor. So, was machen Sie draus? Er blockt Bonucci einfach weg. Schaut sich um, wo ist vielleicht die Lücke? Wir halten, da zeigt er sein König. Oh ja, Rumschauffmann 2-0 gegen Dortmund. Im Pokal wird es jetzt wieder peinlich hier. Wo sind die, Kiel? Vorletzter? Die waren scheiße, aber so scheiße auch nicht. Aber so Mittelfeld höchstens. Egal. Ja, fast schon übertriebener Reflex, ne, Buschi? Ist nicht wahr, Alter. Folg mir? Folg mir? Gut. Oh, fährst du. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, Zweikampf, Alter. Fährer Einsatz hier. Oh, komm. Oh, fuck, Alter. Da kommt er mit der Faust an den Wacken der Aktion. Vielleicht hätte ich doch machen sollen. Eine Saison, Manager-Karriere, erste Liga-Fahrer. Wäre vielleicht besser gewesen. Also, dass hier alle schon so ne... ...10 Minuten keinen Saft haben, ist doch ein bisschen scheiße. Wie kann man den aus 1,20 Meter Entfernung an den Pfosten hauen? Die erste Spielhälfte ist zu... ...kau so aus wie ein Kumpel von mir. Wie Roberto. Der Typ gerade, der am Quatschen war. Jetzt fangen wir noch mit kleinen Tricks hier an. Soll das ein Witt sein? Oh. Alter, zurecht liegen die, zurecht. Was wird das hier langsam? Ja, aber das Spiel wird auch so scheiß ein Leben bei meiner einfach nicht mehr. Und die Chance ist vorbei, er hat 50 in den Schuss. Einen Saft mehr. Gute Gelegenheit, aber kein Tor. Boah, wir haben einen komplett im Arsch, ja dann heuer. Es gibt eine Auswechslung. Bei mir auch. Familie haben die als Werbung drauf. Bonucci. Alla, Bonucci hat sich mal gefangen, Alter. Ramos immer noch immer sofort im Arsch. Auch so sofort Energy weg, aber Bonucci ist jetzt immer gut dabei. Oh, ja. Oh, Alter, einmal Post, einmal. Das ist nicht. Und jetzt müssen sie wechseln. Digga, entweder haben die einfach nur Mehl oder wir sind einfach nur scheiße. Da ist der Ballverlust. Kid Zombie. Oh, shit, Alter. Oh, jetzt aber. Das Spiel zu den flachen, die Mitte, du Idiot. War kein guter Pass. Der eben auch schon nicht. Jetzt versuchen sie es, machen das gut. Ganz in Erkrankung. Oh, ja. Den Zombie. Oh, doch den. Oh, oh, oh. Das setzt er sich gut ein. Was macht er jetzt? Geht der rein? Oh, oh, waaah. Es gibt den Eckball. Hä? Gute Gelegenheit hier. Wer, 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 wer. Ah, ja, steht so und dann auch noch nicht weg. Wie viel fährt schon wieder das? Die Ecke kommt lang. Kennen wir besser von ihm. Cheap-Programm eingesetzt. Alles halten. Äh, egal. Oh, Alter. Da klingt ein Zombie auch im Arsch. Also, Klaas rein. Hast du auch dein Auftritt? Na, das heißt, Leipat zum Ballhotel. Die müssen jetzt im Runde bleiben, müssen wir im Ende spielen. Egal, wie sie im Arsch sind. Boah, ist das ein lames Spiel, Alter. Boah, ey. Ja, wirklich, das ist... Alter, nur am Buhn, Alter. Kein Wunder. Der ja, so ein Fehlpass. Guter Vorstoß da jetzt. Guter Pass jetzt. Guter Zweikampf. Der macht die voll um. Offensiv oder was, Alter. Was ist das für ein Pressing, was die spielen? Schuster. Guck dir das Mann, Alter. Regulär ist, eine Fünf-Sunde zu spielen. Ich bin zurück auf Mario. Ja, Zucker Pass. Oh, brüpp. Und zack, Verlapp. Schwede, ey. Oh, Alter. Mal sehen, ob wir das überhaupt verhalten können, das 1-0. Ich hab's wie in der Murin, verdammt. Oh, das wird schon selbst. Sergio verliert gegen irgendwelche No-Names, Alter. Die Zweikämpfe, dann ist... Mal kommen gut in den Druckrochen. Woppsa. Ja. Was ist das für ein Pressing, was die spielen? Dieses frühe Stürm. Ja, genau. Jo, und der Popf nicht einfach selbst wieder zu. So, erstmal Befreiungsschlag hier. Könnte gefährlich werden. Digga, Alter, wir kriegen keinen Wallen mehr. Was ist denn los? Alter, Cheap-Mode wirklich drinne jetzt. Jetzt wollen sie so, oh, Kacke. Der hat gerade schon gegen Dortmund irgendwie unrealistisch. Pokalspiel. Jetzt müssen wir hier extra... Boah. Sorry, Leute. Höchst mir dieses Video, was diese Woche hochkommt. Boah. War das ein dröge Spiel, Alter. Selbst ich bin beide reingepennt. Beim Spielen, mit dem Gameback. Bis demnächst, hoffe ich. Nach dem Spiel vielleicht nicht mehr, aber... Gut, mir denn gepennt. Ja, forget it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top of it. No, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let him see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy. It was built to be rough. But that's what makes a personality a tragedy, bruh.